Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, allerhöchste Zeit hier mal wieder aus erster Hand zu unterrichten. Vielleicht erst mal zu allgemeinen Zahlen. Wir haben also aktuell 78 infizierte Personen, von denen inklusive der zuerst zwei eingewiesen mittlerweile fünf in Krankenhausbehandlung sind. Den ersten beiden, da haben wir schon öfter darüber gesprochen, denen geht es mittlerweile besser. Wie es den dreien geht, die jetzt in stationärer Behandlung sind, kann ich Ihnen nicht sagen, werde ich aber versuchen in Erfahrung zu bringen. Heute ist mal ein Tag, wo ich sage, ich mache mir über einige Dinge Sorgen, die ich auch offen und transparent ansprechen will, weil ich denke, dass einfach wichtig ist. Wir bekommen über unsere Bürgerhotline und auch über andere Kanäle mit. Auch das Gesundheitsamt wird fortlaufend von Arztpraxen darüber informiert, dass insbesondere die hausärztliche Versorgung und die Notfallversorgung im Kreis Heinsberg schwierig wird. Immer mehr Notfallpraxen und auch ärztliche Praxen rufen hier beim Gesundheitsamt ab und an und melden sich, so nennt man das im Fachjargon, ab, weil sie nämlich unter den herausgegebenen Quarantäne-Vorschriften des Robert-Koch-Instituts sagen, unser ärztliches Personal, unser Pflegepersonal oder die Ärzte selber, wir waren in Kontakt mit einem Infizierten. Wir haben jetzt ein 14-tägiges Berufsausübungsverbot und wir können jetzt unsere Patienten nicht weiter behandeln. Jetzt würde man unter normalen Bedingungen als Gesundheitsamt sagen, okay, das nehmen wir als Gesundheitsamt zur Kenntnis. Zuständig gesetzlich für die hausärztliche Grundversorgung sind die Kassenärztlichen Vereinigungen. Wir haben natürlich in den letzten Tagen den Kassenärztlichen Vereinigungen mehrfach über alle möglichen Kanäle bis hin zum Ministerium den Ernst der Lage erläutert und darauf hingewiesen, dass solch eine Situation eintreten kann. Aus unserer Sicht ist im Moment eine solche Situation eingetreten und wir versuchen heute fortlaufend auch in Kombination mit den Kassenärztlichen Vereinigungen die Situation zu verbessern. Es kann beispielsweise nicht sein, dass die 116, 117er Nummer, dass da keiner mehr rangeht und dann nach einiger Zeit, der die Ansage kommt, rufen Sie bitte das Gesundheitsamt oder die 112 an. Dass das bei Ihnen zu maßgeblicher Verärgerung führt, weil Sie das Gefühl haben, dass Sie medizinisch nicht mehr ausreichend versorgt sind, kann ich absolut nachvollziehen und ärgert mich persönlich ungemein. Was wir als Gesundheitsamt jetzt überlegt haben und ob wir das umsetzen, das werden wir davon abhängig machen, wie sich heute die Lage weiterentwickelt, ist die Frage, ob wir neue Richtlinien herausgeben, die dann abweichend von den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes beispielsweise erlauben, dass Pflegepersonal oder auch Ärzte, die keinerlei Symptome haben, auch wenn sie in Kontakt mit einer Kontaktperson waren oder Kontakt mit einer infizierten Person waren und mit entsprechenden Schutzmaßnahmen weiterarbeiten können. Denn ich sage Ihnen ehrlich, für mich ist wichtiger, dass die ganz normalen medizinischen Fälle und dazu gehören natürlich akute Erkrankungen verschiedenster Art bestmöglich und schnellstmöglich versorgt werden, als die abstrakte Gefahr zu bannen, dass sich vielleicht jemand bei solch einem Besuch infiziert. Ganz platt gesagt, derjenige, der da liegt, vielleicht einen Verdacht auf einen Herzinfarkt hat oder eine andere schwerwiegende Erkrankung, ich glaube, der möchte, dass ihm sofort geholfen wird und ich glaube, für den ist erstmal sekundär, ob die abstrakte Möglichkeit besteht, dass sich bei diesem Arztbesuch noch mit dem Coronavirus ansteckt. Das ist einfach die Situation, die wir im Moment haben. Die Situation betrachte ich selber als ernst. Wir haben heute auch mit den Krankenhäusern entsprechende Gespräche geführt. Auch da ist man auf allen Behörden eben im Moment mit Hochdruck dabei, Lösungen zu finden. Nur, ich sage Ihnen auch ehrlich, mir sind auch abstrakte Vorschriften und alles, was damit zusammenhängt, relativ, ich will nicht sagen egal, sondern ich muss da Prämissen treffen, wenn es um die Gesundheit unserer Bevölkerung geht, bin ich nicht bereit, irgendwelche Kompromisse einzugehen. Das war es mal für heute jetzt. Ich werde mich vielleicht später nochmal melden. Ich hoffe, dass sich jetzt im Laufe des Nachmittags die Situation etwas entspannt und vielleicht auch mal einige in Bewegung kommen, die jetzt in Bewegung kommen müssten. Ich will hier gar keinerlei Schuldzuweisungen machen, sondern es geht einfach darum, nüchtern zu analysieren, wie ist die Situation jetzt im Moment und was werden wir als nächstes tun. Dass Sie alle verärgert sind, kann ich gut verstehen. Wir werden aber hier als Gesundheitsamt alles in unserer Macht, in unserer Kompetenz stehende tun und auch als Krisenstab, um diese Situation, die sich immer mehr zuspitzt, wieder zu entspannen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wie sagt man jetzt hier in Heinsberg, HSB Strong. Danke.